... und es ist nicht leicht. Da können wir gerne, da möchte ich dann auch das auch. Und dann sind Sie dann auch das kurze? Ich denke, dann sollten Sie sich hier orientieren, das ist leicht. Absolut. Ich bin schon für immer der Sicherheit. Ja. Ich bin schon für immer der Sicherheit. Es ist also wirklich so, dass wir was die Weltmeisterschaft angeht, sehr locker die Sache betrachten und auch der Sache sehr locker entgegensehen, weil wir ad eins darauf eingestellt sind, auch auf mehr Zulauf seitens der Gäste, der mit Sicherheit so sein wird. Das Gleiche wird es bei den Damen geben. Wir werden also auch mehr Damen haben zu dieser Zeit, um, wie gesagt, auch alles bieten zu können. Also insofern haben wir da vorgesorgt. Wir sind auch insofern, sagen wir mal, auf den Fußball etwas eingestellt, dass wir die Spiele, die wir hier haben, auch live übertragen. Ich denke, dass wir alle sehr angespannt sind und hoffen, dass noch mehr Männer kommen werden als jetzt. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen stressig für uns, aber das mögen wir. Telefonnummer können wir Ihnen anschließen. Wir möchten damit deutlich machen, einmal, es gibt Zwangsprostitution und sie ist ein gravierendes Verbrechen gegen die Menschenrechte und sie muss bekämpft werden, sie muss nach Möglichkeit auch wirklich zum Stillstand, zum Ende kommen und deshalb haben wir auch sehr, sehr klare Forderungen, an die Politik, an die Entscheidungstragenden gerichtet, die wir dann aber gezielt erst nach der Weltmeisterschaft in mühevoller wahrscheinlich Kleinarbeit verfolgen müssen und werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.